Liebe Wiesbadenerinnen, liebe Wiesbadener, es ist bald soweit, die Bundestagswahl steht vor der Tür. Ich lege Ihnen heute den Kandidaten Simon Rottloff ans Herz. Einfach, weil er einer von uns ist. Weil er fest verwurzelt ist, als Kloppenheimer, als bunter Hund in allen Vereinen mitmischt, weil er aber politisch ein klar denkender Mensch ist. Sein Motto deshalb auch, sozial, klar und deutlich. Deshalb Simon Rottloff.